Noch ist es warm auf dem Sportplatz von Kiel Rugby. Doch die Jungs vom FD Adler bekommen gleich eine deftige Abkühlung für den guten Zweck. Die Kieler nehmen an der internationalen Ice Bucket Challenge teil. Also Kiel Rugby hat sich für die Ice Bucket Challenge entschieden, um einfach etwas Gutes in Kiel zu tun. Wir sind ja in Kiel eigentlich relativ bekannt als Regionalliga-Mannschaft, arbeiten seit Jahren mit einer karikativen Organisation zusammen und möchten die einfach unterstützen. Der Trend kommt aus den USA und hat mittlerweile auch Schleswig-Holstein erreicht. Man schüttet sich einen Eimer eiskaltes Wasser über den Kopf, um Spenden für karikative Zwecke zu sammeln. Das heißt, man selber stellt sich dieser Challenge und nominiert dann nach jemandem. Wer nominiert wird, das werden die Spieler nachher selber sagen, die sich das Eis gegönnt haben. Was wir halt sagen können, dass das Ganze ist, die Spenden, um die wir bitten, sind für den Förderkreis krebskranker Kinder und Jugendliche entgegen. Die letzten Vorbereitungen laufen. Die Eimer sind mit Wasser gefüllt, das Eis wird verteilt und die Aufregung steigt. Kiel Rugby hat schon in der Vergangenheit eine ganze Menge für uns und mit uns gemacht. Unter anderem beim jährlichen Kieler Woche-Sheet-Wettercup, da waren wir begünstigt. Und der Anruf von Herrn Jopin erreichte unseren Vorsitzenden in Fockbeck in dieser Woche. Und da haben wir diese freudige Nachricht überbracht, dass es hier kalt wird bei FT Adler. Und da sind wir natürlich mit Freude gekommen. Jetzt kann es endlich losgehen. So, bevor mir nachher der Atem weg bleibt, wir fordern die Jungs von Holstein Kiel auf. Macht uns nach oder spendet. Du bist mein Kiel, mein einzig Kiel. Du machst mich glücklich. Wenn die Skye grüßen, wenn die Skye grüßen, Du wirst niemals wissen, wie ich mich nicht ohne dich. So, wenn die Skye grüßen, wenn die Skye grüßen, Du wirst niemals wissen, Kiel, wie viel wir dich lieben. So, wenn die Skye grüßen, wenn die Skye grüßen, Das nicht eine Einmaligkeit bleibt, was FT Adler hier auf die Beine stellt. Wir erhoffen uns eine Multiplikation dieser Veranstaltung bei vielen, vielen Kieler Vereinen. Vielleicht auch schleswig-holsteinweit. Wir werden sehr glücklich damit. Den Jungs von Kiel Rugby hat die kurze Abkühlung nichts ausgemacht. Für den guten Zweck tut man alles. Und spenden tun wir auch trotzdem. Danke.